Well honestly I think I'm a gay. I think all women are gay. I don't care, I'm not. I love women. Hey was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich fahre jetzt gleich nach Hollywood und ich frage die Leute, wie sie sich von einer Skala von 1-10 finden. Also aussehen, vielleicht auch Personality aber erstmal aussehen. Ich bin sehr gespannt wie es wird. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Channel. Vergiss es nicht and let's go. Also Leute ich bin jetzt im Uber. Ich bin ein bisschen aufgeregt wenn ich ehrlich bin. Weil erstens ich bin alleine und zweitens habe ich das noch nie gemacht. Aber ich hoffe die Leute werden gut drauf stylen und dass wir da das Maximum rausführen. Ich bin echt gespannt wie sie darauf reagieren werden und wie sie sich selber einschätzen. Ich bin jetzt hier in Hollywood angekommen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen was los. Wir haben sogar Spiderman da vorne. Crazy. Xi Jinping! Xi Jinping! Ich weiß nicht so richtig was das ist aber es sieht sehr sehr dope aus. Auf jeden Fall. Name ist Bilal Dawson. Okay the question for today is from a scale from 1 to 10 how beautiful do you think you are? How beautiful I think I am? Don't lie. Yeah you know what I mean? Let me try to like keep my ego in check. I don't think I am an ugly person. I don't think I am you know who is like the most scoring I don't know like out of 10? Maybe like an 8? An 8? 8 on a good day. She is going to say a 10. Definitely a 10 on a 10. She is going to say a 10 though. Perfect, perfect. He knows he is hot too. Nice, nice, nice. I would say 6 on a bad day and on a good day. You want to tell your Instagram name? Sure yeah it's Bilal Dawson. That's what's up? B-I-L-A-L Dawson D-A-W-S-O-N Probably like 6? I think an 8. An 8? Yeah. Me on a scale of 1 to 10? Like a 7. 7 and a half? Like an 8? 8 and a half? Her? A hundred. A hundred, that's so sweet. What about you? A thousand. A thousand, that's so sweet. That's a problem. That's a race to a ghost. Call me on Instagram at jojo the wizard. J-O-J-O-T-H-E-W-I-Z-Z-A-H. Okay guys, it's actually pretty good. But I also need a few girls. And here is just Michael Jackson. And a few dances are going to go out. I think she is a 10. Two. Two. Seven. So who we got here today? My name is Claire. Okay, perfect. So the question for today is from a scale from 1 to 10, how beautiful you think you are? I think I'm a solid 7 and a half. Seven and a half? That's amazing. My personality is like a 12. A 12? Yeah. Amazing. What are your friends saying about you? One out of 10. 10? Amazing. One out of 10. Good friends. I love them. You want to say your Instagram name? My Instagram name? Yeah. No. Okay, appreciate you guys. Have a good one, yeah? Bye-bye. Uh, 11D1. Oh, what did your friends say about that? That's so tough. Thank you. Okay, from a scale from 1 to 10, how beautiful you think you are? How beautiful? 10. Amazing. You want to say your Instagram name? Yes, James Caleb Bryce at Instagram. Okay. That's a guy from Hangable, right? Let's do a roofie. I mean a selfie. Selfie. Let's do this. I'm gonna go 9 out of 10. 10? Where are you? 10? That's amazing. It's confidence over here. So, they were very self-conscious. I think it's very good. 10? 10? 10? Okay. Uh, is this hand made by Lando? Mine is your.undercover.lover. This is really good. He's doing the gym and so. He's really doing the training there. It's crazy. Wow. Wow. Honestly, I think I'm okay. I love women. I love women. Hey, 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 hey. Hey, hey. I don't love money. Hey, hey. If you would give me a number. What do you think? Oh my God. Do you see that smile? You're a teen. You're a teen, okay. I don't lie. Du kannst dich ein Model sein, sicher. Ich mag es. Jetzt geht es richtig los. Er holt richtig die Schritte raus. Und er pusht ihn auch noch voll. Nice. Ganz darf, Mann. Ich bin ein 10 aus 10. Ich mag die Energie. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ein 8 oder 9. Ich würde sagen, 10 aus 10. Was für die Persönlichkeit? Was für die Persönlichkeit? Persönlichkeit? Ich bin ziemlich cool. Ich denke, ich bin ziemlich chill. Mein Außensein betrifft meine Inhalte. Das ist unglaublich. Und ich kann nicht auf jeden Fall stehen. Ich danke dir, Leute. Was geht ab, Leute? Ich bin jetzt zu Hause. Der Tag hat einfach anders Spaß gemacht. Wenn ihr das auch so seht, lasst auf jeden Fall gerne ein Like. Abonniert den Kanal, kommentiert. Checkt auch gerne meinen Instagram Account. Für Storys, Infos etc. Abonniert den Channel. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.